Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von den TrackNerds, weil Michael heute krank ist und der Stream ausfällt, haben wir uns gedacht, machen wir aber trotzdem was, damit ihr wenigstens so ein bisschen was in euren Lauschlappen habt. Und damit ich das nicht alleine machen muss, ist das Forever Nerd Girl dabei. Hallo. Hallo. Ich war auch schon lange nicht mehr hier. Ich war sehr lange nicht mehr da. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so gerne mal von mir hören möchtet. Ich brauche mal ein bisschen Inspiration. Ja, wir haben uns ganz oft vorgenommen, irgendwie mal wieder so ein Twitter-Space zu machen, aber ein Twitter, das darf man jetzt ja nicht mehr. Ja, das ist ja jetzt Elon Wachland, das ist ja jetzt Pfui, Pfui, Pfui. Ja, ist das so? Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber man darf jetzt auch keinen Tesla mehr kaufen. Das ist auch Pfui, Pfui, Pfui. Na gut. Aber das soll nicht das Thema sein, sondern wir haben jetzt hier das Thema Star Trek und vor allen Dingen ein... Da kannst du ja so unglaublich viel mitreden. Ich kann leider nicht so viel mitreden bei Star Trek, aber ich habe früher sehr, sehr gerne Voyager geguckt mit meiner Mama. Und ich finde natürlich Star Trek an sich auch cool und sehr, sehr cool finde ich vor allem das Buch, was wir hier liegen haben. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin ein großer Bücherwurm und so ein hübsches Star Trek Buch, was da heißt 222 Dinge, die man als Star Trek Fan getan haben soll. Genau, und das vom lieben Litar, dem Klingonischlehrer, ihr werdet natürlich das wahrscheinlich schon kennen, weil wir schon öfters mal draus vorgelesen haben, aber es sind ja 222 Dinge und von daher gibt es natürlich viele Sachen, die man da weiterhin drin vorlesen kann und ihr habt trotzdem noch Grund genug, es vielleicht euch zuzulegen, wenn ihr das nicht schon getan habt. Ja, man muss es ja auch abhaken. Genau, man muss es ja auch abhaken, so sieht es aus, ja. Aber wir müssten eigentlich erst mal vorher was abhaken, damit die Leute auch wissen, wo du so auf dem Star Trek Barometer stehst. Ei, ei, ei. Wir haben ja mal, das ist schon lange her, aber ich habe dich ja mal dazu genötigt, alle Filme zu gucken. Das ist richtig, aber da muss ich jetzt kurz einen Einwand sprechen, denn ich kannte auch schon Filme, bevor ich dich kannte, ja. Also es ist nicht so, dass ich nie vorher einen Star Trek Film gesehen hätte, also das habe ich sehr, sehr wohl. Aber jetzt wollen wir doch mal gucken, welcher von denen einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, ja. Du willst mich nur vorführen gerade. Nein, nein. Nein, das geht jetzt darum, welcher von den Filmen einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Ja, okay. Worum ging es bei Star Trek The Motion Picture, also dem allerersten? Ja, das weiß ich doch nicht. Ja, wir haben geguckt, das ist ja die Frage, ob du weißt, worum es geht. Nee, das weiß ich nicht mehr. Okay, das weißt du nicht mehr. Aber es ist immer ähnlich. Ja, sag mal. Da ging es darum, dass die Erde bedroht wird von einem riesengroßen Raumschiff namens Weedger. Ach, war das nicht dieses Ding, was so wie ein Wal ist? Oh. Nee. Ja, doch. Also was so komische Geräusche macht? Ja, so ein bisschen. Nee, nee, das war eine andere Frage. Das war eine andere. Dann, was ist denn... Ich sage ja, die sind immer ähnlich. Was ist denn beim Zorn des Kahn passiert? Weißt du das noch, beim zweiten Teil? Oh, das war doch hier mit... Kannst du ja das Cover natürlich... Ja, ja, doch, das ist doch hier in der Wüste. Das, ähm, das habe ich gesehen. Ich kann mich erinnern. Ich kann dir aber nicht genau sagen, worum es ging. Ich weiß nur, das ist ein bisschen, ähm... Es war in der Wüste mit diesem... Mhm. Ach, Mann. Na gut. Ja, boah, ich kriege gerade richtig Hate von allen Checkies. Dann gucken wir mal, was ist denn beim dritten Teil auf der Suche nach Mr. Spock passiert? Da haben die Mr. Spock gesucht. Ja, warum haben sie ihn denn gesucht? Er ist verloren gegangen. Okay. Dann, ähm, was ist denn bei Star Trek 4 zurück in die Gegenwart, Voyage Home passiert? Ja, da sind die mal wieder durch die Zeit gereist. Ja, und wohin? Ja, wenn ich das so genau wüsste. Also, vielleicht in die 60er Jahre. Nein. Das würde aber passen. Ich glaube, wir müssen die alle nochmal gucken. Oh nein. Ach, und das war auch... Das ist gemeinhin, der man nennt, der mit den Wahlen. Ja. Das ist der, der nur gerade meint ist mit der Wahlsonne. Ah, ja, okay. Was ist denn bei am Rande des Universums passiert, bei Final Front Seer, dem fünften Teil? Da sage ich dir, da sind die bis zum Rand des Universums. Und da haben die nämlich das Restaurant am Ende des Universums gefunden. Nicht ganz. Ihr der berühmteste Satz hier, wozu braucht Gott ein Raumschiff? Ah ja, und was war die Antwort? Ja, das konnte er mir auch nicht geben. Ach so. Deswegen hat Kirk nämlich das Wesen enttarnt, dass es nicht Gott ist. Aha. Aber weißt du noch, was in Star Trek 6 im unentdeckten Land passiert ist? Boah, da haben ja irgendwas entdeckt. Mhm. Eher nicht so. Was ist denn passiert? Da sind Kirk und Pille des Mordes am klingonischen Kanzler angeklagt worden. Ah. Das war der klassische Krimi. Aber was ist denn dann bei Star Trek 7 Treffen der Generationen passiert? Da haben sie sich mal hier mit Oma und Opa getroffen. Nein. Entschuldigung. Ich sage ja, ich gucke jetzt den Trekkie-Hater auf. Nein, was war denn nochmal da? Da kam es zum Aufeinandertreffen mit Picard und Kirk. Aber weißt du, warum ich mich vielleicht nicht an alles erinnern kann? Alles ist doch dezent untertrieben. Du hast mich ja auch dazu genötigt, alle James-Bond-Filme zu gucken. Ja, mein Hirn hat nicht so viel Speicher, verstehst du? Ja gut, soll ich die holen und mir gehen die durch? Oh nein, bitte nicht. Was ist denn in First Contact passiert? Ah, warte, zeig mal mal hier. Ja, das ist mit den Borg. Aha. Ja, kann ich mich eher daran erinnern. Die aktuelleren Filme kann ich mich mehr daran erinnern tatsächlich. Die habe ich mit meiner Mutter geguckt. Okay, und was ist dann bei der Aufstand Insurrection passiert? Ja, das weiß ich nicht. Aber hier, an den Film, den kann ich mich gut erinnern. Ausgerechnet an dem ist es, was da dann passiert. Ja, genau, da ist er nämlich mit Tom Hardy. Da spielt er den Bösewicht. Jetzt die ganze genaue Handlung weiß ich nicht, aber den habe ich, glaube ich, schon zwei oder dreimal gesehen. Und Tom Hardy ist ein Klon von Picard. Ach ja, genau. Der überhaupt nicht aussieht wie Picard. Richtig, 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 ja. So 0,0. Und das war nämlich so, dass ich dann irgendwann mal irgendeinen Film mit Tom Hardy gesehen habe und dachte, sag mal, woher kennst du den? Woher kenne ich den? Dann habe ich gegoogelt und, ach ja, aus Star Trek. Aber Ewigkeiten her. Also es war irgendwie einer seiner ersten größeren Rollen. Ja. Und dann sowas. Ich glaube, danach ist mir erst wieder, fast schon wieder als Bane aufgefallen. Ja, als Bane habe ich den so gar nicht wahrgenommen, weil man die Hälfte seines Gesichts nicht sieht. Das ist richtig, ja. Ja, an alle Trekkies da draußen, es tut mir leid, dass ich da nicht so deep im Thema drin bin. Ja, ihr werdet es mir nachsehen. Also wird es jetzt ein kleiner Podcast von, keine Ahnung, vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde. Guck mal, wie lange es uns dauert, bei dem ich jetzt mehrheitlich Anekdötchen erzähle, weil... Das ist richtig. Ich bin mir nicht sicher, wie viel du dazu da jetzt beitragen kannst. Wahrscheinlich nicht so viel. Aber ich muss sagen, dieses Buch, wenn ich es in der Hand halte, es ist schon wirklich sehr schön. Man mag direkt drin losblättern, weil es auch sehr süß illustriert ist. Ich schlag einfach mal jetzt hier eine Seite auf. Da haben wir Seite 68. Verkleide dich an Fastnacht-Karneval. Gut, das ist natürlich jetzt für alle Nerds, die auch im Cosplay drin sind, ist das natürlich ein Must-Have sozusagen. Ich meine, du hast natürlich auch deine Trekkie-Uniform und bist ja auch schon öfter... Mehrere. Mehrere, genau, mehrere. Bist auch schon öfter in dem Aufzug losgezogen auf verschiedene Comic-Cons, auf die... Fetcon. Fetcon, genau, richtig. Und hier steht noch im Untersatz, nutze die Gelegenheit und verkleide dich an Fastnacht oder Karneval als deine Lieblingsfigur aus Star Trek. Es ist der einzige Tag im Jahr, an dem man so durch die Stadt laufen kann, ohne seltsame Blicke zu ernten. Naja, da würde ich ein bisschen Einspruch erheben. Da gibt es sicherlich noch andere Tage, an denen das eigentlich kein Problem wäre. Ja, aber... Wer ist denn deine Lieblingsfigur? Witzigerweise habe ich zur Fetcon, glaube ich, nie eine Uniform angehabt. Ich überlege gerade. Ich habe die immer dabei und ziehe sie dann gar nicht an. Weil ich habe immer das Nerdizismus-T-Shirt an. Und dann habe ich die, glaube ich, irgendwie gar nicht an. Ähm, ja, wenn ich reinpassen würde, wäre ich eigentlich meine rote TNG am besten. Aber da passe ich nicht mehr so rein. Also nehme ich die schwarze First Contact, weil die trägt nicht so auf. Und, habe ich noch eine? Ne, ich habe aber für die schwarze First Contact habe ich zwei Unterschirzen, gelbes und rotes. Hm, stimmt. Ja, genau. Und die Weste, aber ich habe keine richtige Hose, nur so eine schwarze Cargo, aber das reicht mir völlig aus. Und ich müsste, dann habe ich noch so einen Tricorder und einen ollen Phaser dazu. Ja, da steht nämlich genau über dem Verkleide-Dich-An-Karneval steht die Nummer, weiß ich nicht, welche Nummer. Benummert ist das hier jetzt gar nicht. Aber da steht auch, schaffe dir einen Phaser an. Ja, wir haben hier einen rumstehen. Ja, richtig. Und zwar die Sonderedition von Into Darkness. Da war nämlich ein entsprechender Phaser dabei. So richtig schwer aus Gießmetall oder wie man das nennt, Spritzguss. Spritzguss, ja. Und der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber der ist zu schade, um ihn mitzunehmen. Außerdem habe ich dafür nicht die passenden Uniformen. Da bräuchte ich ja so eine 2009er JJ-Uniform. Und die finde ich aber scheiße und deswegen habe ich hier nicht, also ist der Phaser nur eine Deko. Du hast mir aber meine Frage von eben noch nicht beantwortet, wer denn jetzt deine Lieblingsfigur ist. Ach so, Moment, ja gut, bis jetzt bei der Uniform kommst du auf die Lieblingsfigur. Naja, weil ja hier stand, als deine Lieblingsfigur aus Star Trek. Ach so, als meine Lieblingsfigur. Aber welche ist denn deine Lieblingsfigur aus Star Trek? Ja, die darf ich ja nicht cosplayen, weil das ist eigentlich Worf, aber das kann ich nicht machen, weil das Blackfacing. Ja, jetzt mal davon abgesehen, dass du dich jetzt nicht als, keine Ahnung, was verkleidest. Es geht mir jetzt nur darum, welche Figur du am besten findest. Weil der einfach von, der hat sich im Laufe dieser Serie so am meisten gewandelt von allen und hat so eine Wandlung durchgenommen, was fast alle anderen nicht haben. Weil Picard ist jetzt mal die dumme neue Serie vor außen vor, ist halt eigentlich halt immer Picard geblieben, Kirk ist Kirk geblieben, ja eigentlich ein Großteil eigentlich schon. Der ist da ein bisschen altersmilde geworden, alles mehr oder weniger gleich wie nur Worf ist der Einzige, der sich wirklich so richtig konsequent gewandelt hat. Vom dummen Deppen hinten am Faser links zu einem wirklich guten Charakter. Und Captain Sisko natürlich, Captain Sisko ist auch sowieso badass, also Worf und Captain Sisko. Sprich, DS9 ist sowieso besser als alles andere. Ja, das hast du schon öfter erwähnt. Naja, ich finde es halt hier in dem Buch, ich finde es schön gemacht, aber dann der nächste Punkt, der direkt Verkleide dich an Halloween ist. Ja, es ist ja eine Bonusfrage. Ja, naja, als Bonus zur Verkleidung an Karneval kann man Halloween für die extravaganten Kostüme wählen. Ja, es gibt auch zu. Dann kannst du auch als Klingone gehen. Sieht gruseliger aus vielleicht. Aber muss man das gemacht haben? Ist das ein unbedingtes Must? Naja, ich sage mal, eine Uniform gehört, glaube ich, zum Standard. Das hat, glaube ich, jeder zu Hause. Deinem Hund einen Tracknamen geben. Tut mir leid, unser Hund hat jetzt schon einen anderen Namen. Aber das lag ja daran, dass der Nerdhund Patu, dem ihr übrigens auch auf Insta folgen könnt, unter Patu underscore Pomeranian. Patu Pomeranian. Pomeranian, genau. Patu underscore Pomeranian. Könnt ihr dem folgen? Vielleicht kriegt der ja eine Million Follower. Sie hieß halt schon Patu. Ansonsten wäre natürlich ein Tracknamen auch eine gute Idee gewesen. Ja, aber was denn? Naja, man hätte... Seven of Nine. Vielleicht ist ja ein Number Seven of Nine aus dem Wolf. Das weiß man nicht so genau. Das wäre zum Beispiel gar nicht so dumm gewesen. Aber sie ist halt kein Welpe mehr. Ja, oder man nennt natürlich den Hund vom... Wie heißt denn der Hund vom Archer nochmal? Der Beagle. Ja, genau. Der Hund vom Archer halt. Ah ja, aber du könntest halt auch einfach stattdessen dir noch ein Tracky-Tattoo stechen lassen. Wenn hier jemand angepinselt ist, dann bist ja du das. Also würdest du dir ein Star Trek-Tattoo... Würdest du dir überhaupt von irgendeinem Franchise ein Tattoo machen lassen? Ähm... Ja, ich hab ja jetzt eins. Ich hab ja im Prinzip... Naja, ich hab mir jetzt einen Blitz tätowieren lassen. Das könnte man als Wonder Woman auslegen. Ja, oder halt Harry Potter. Oder... Ist das ein Harry-Potter-Blitz? Ja, weiß ich nicht. Also könnte man, wenn man das denkt, aber... Aber ne, der hat auch eine dreizackige Narbe. Und das sind ja nur zwei. Ne, das ist schon so... Andersrum wie so eine Sivulorune, nur andersrum. Das weißt du, wenn man Cold Mirrors Podcast hört. Fünf Minuten Harry-Podcast. Nein, ich würde mir nicht unbedingt ein Franchise-Tattoo stechen lassen. Es kommt echt drauf an. Also, ähm... Ja, der Blitz, der ist jetzt, ähm... Weil ich den Blitz cool finde. Also es ist jetzt nicht extra wegen Harry Potter. Äh, ich bin natürlich trotzdem ein großer Harry-Potter-Fan. Und werde es auch immer bleiben. Egal, was passiert. Ähm... Ähm... Aber... Äh, ich hab ja noch ein anderes Tattoo. Und das hat mit meiner Lieblingsband zu tun. Also... Ich glaube, es, ähm... Es ist ja so, dass Tattoos etwas sehr Persönliches sind. Und gerade, wenn man jetzt so tief in einem Franchise drin ist oder in einem Fandom, dann gehört das ja auch irgendwo zur Persönlichkeit. Und deswegen finde ich es eigentlich total cool, wenn man sich auch entsprechende Tattoos macht. Also, wenn man da Bock drauf hat, dann go for it. Ähm, man muss halt die, ähm... Ja, man muss halt überlegen, okay, das bleibt wirklich für immer auf meiner Haut. Und das, äh, ja, kann sich ja auch mal irgendwie ändern, dass man das Fandom oder eine Serie oder einen Film irgendwann vielleicht doch nicht mehr cool findet. Und dann hat man halt trotzdem das Tattoo. Das kann natürlich auch passieren. Also, mit einem abstrakten Symbol könnte ich mich ja noch anfreunden. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, bei dir auf dem Rücken würde mich dann irgendwie dauernd Commander Riker anlächeln. Das fände ich dann extrem seltsam. Nee, also, ich meine... Da gibt's ja so Leute. Ja, ich weiß. Also, no offense, wenn das einer draußen hat, ne? Es bleibt euch allen selber überlassen, aber ich fände es sehr schräg. Also, ich persönlich, ähm, bin ja auch ein großer Fan von, ähm, angedeuteten Designs sozusagen. Also, ähm, eher, ich sag mal, versteckten Andeutungen. Beziehungsweise, ich mag super gerne so grafische Motive. Ähm, oder wo halt mal irgendwie was drin versteckt ist, ne? Ähm, oder was irgendwie abstrahiert ist oder so. Ich meine, man könnte ja auch so, ähm, keine Ahnung, das Sternenflotten-Symbol könnte man sicherlich auch irgendwie cool abstrakt als Motiv irgendwie in einem Tattoo mit einbauen. Also, könnte ich mir auch richtig gut vorstellen. Also, für mich persönlich wäre es jetzt nichts, weil vielleicht habt ihr festgestellt, ich bin nicht so der große, äh, Trekkie-Nerd. Ähm, nein? Echt nicht? Echt nicht? Ich hab ja gar nicht drauf gekommen. Ja, wie gesagt, ich find's trotzdem cool. Ähm, ja, aber warum nicht? Go for it. Also, Star Trek-Tattoos. Find ich super. Okay. Also, noch was? Ja. Irgendwann bist du auch mal dran mit einem Tattoo. Warte, ich mach mal so und du sagst Stopp? Ja. Stopp. Okay. Fahre auf die Autobahn, schalte in den fünften Gun und sage Warp-Geschwindigkeit. Ja, mit deinem Auto geht das. Das ginge, aber das hab ich in der Tat noch nicht gemacht, aber ich habe vor zwei Jahren war es wirklich so, dass das Schneegestöber, als wir Skifahren gefahren sind, so krass war, dass es durchaus so aussah, aber eher wie bei Star Wars, wenn man in den Hüberraum fliegt. Ja, ja, wenn man im Millennium Falcon sitzt. Genau, richtig. So sah das aus. So sah das echt aus. Ach, guck mal hier. Leg dir einen Beagle zu und nenn ihn Portos. Ach ja, genau. Portos hast du ja gesehen. Jetzt haben wir den Namen. Das ist auf der anderen Seite. Ja, und male ein Bild für den Captain Picard Day. Weißt du, was der Captain Picard Day ist? Ja, der Captain Picard Day wird auf der Enterprise gefeiert von den Kindern und Captain Picard hasst ihn, weil er Kinder hasst. Was ein sehr, sehr sympathischer Zug an ihm war, bis zur neuen blöden Picard-Serie, wo er dann, wo dann rauskam, dass er dann als Kind von seinem Vater, von seiner Mutter irgendwie missbraucht. Das ist einfach nur Schwachsinn. Aber ja, also Picard hasst eigentlich Kinder oder mag halt keine Kinder. Und deswegen ist der Captain Picard Day, der in der Grundschule oder im Kindergarten gefeiert ist, wo die Kinder mal ein Bildchen mal mit ihm drauf, ist ihm sehr unangenehm. Kann ich nachvollziehen. Okay. Und das Captain Picard Day Schild, was so mit Plackerfarbe da so gemalt ist, ist so ein Running Gag. Ah, okay. Da finde ich Schenke deinem oder deiner Liebsten einen Stern schon wieder sehr, sehr süß. Ja, aber das ist halt eigentlich halt, weiß ich nicht, ist halt auch nur ein Skate. Wusstest du, dass diese, diese Schottland-Geschichte, become a land or a lord or lady, ist auch nur so ein Betrugscheiß. A beard or lady. Die haben Millionen damit verdient. Wirklich Millionen. Also das ist, die Tante, so eine Chinesin, glaube ich, die ist scheißenreich mit der Nummer geworden. Und die Tradition gibt es überhaupt nicht. Also das ist einfach nur ein Party-Gag. Da steht übrigens im Kleingedruckten auch, dass es eigentlich nur ein Party-Gag ist. Kauft aber trotzdem jeder. Fuck, auf so dumme Ideen muss ich auch mal kommen. Millionen hat die verdient. Ja, aber auf solche Ideen kommst du nicht, weil es halt irgendwo auch kriminell ist. Das ist ja kriminelle Energie, die du für sowas brauchst, um so viele Leute zu scammen, die denken, sie kaufen da irgendwie einen Quadratmeter von Schottland. Naja, aber steht ja da, dass man das halt eben nicht hat. Ja, was nicht alles im Kleingedruckten steht, ne? Das ist ja geil, ne? Das ist a gift for entertainment purposes only oder sowas steht da irgendwo. Ah, okay. Ja. Ja, krass. Ja. Ja, gut, das mit den Sternen wird genauso sein, weil das, ich meine, da könntest du dir halt selber irgendwie eine schöne Urkunde gestalten. Dann suchst du dir irgendwie einen Stern aus, die Koordinaten davon und packst das mit auf dieses Fake-Zertifikat und schenkst das jemandem und sagst, hier, ich hab den Stern nach dir benannt. Genau. Weil, ganz ehrlich, ja klar, nenn den doch einfach so. Also, weißt du, was ich meine? Hab ich schon kurz was geschenkt für dich. Ja, toll. Möchte ich nicht haben. Und ich hab mir schon überlegt, was ich dir schenke, ich muss noch was ausdrucken und jetzt, wo du mir Canva beigebracht hast, sieht es sogar noch gut aus. Ja, toll. Vor allem nimmst du wahrscheinlich einfach so eine dusselige Vorlage. Ja, genau, dann gibt's so eine Vorlage. Und wenn du jetzt eine Woche nicht in Canva guckst, dann siehst du nicht nur, dass ich die Vorlage benutzt habe. Wenn ich jetzt eine Woche Urlaub hätte, wie schön das wäre. Aber das ist ja nur bis Sonntag. Ja. Nee, also das lassen wir mal mit dem Stern verschenken. Wobei, wie gesagt, ich finde das an sich. Ich glaube, die Grundstücke auf dem Mond sind die, glaube ich, auch irgendwie Quatsch. Ja, ich meine, was willst du damit? Also, kannst du dann irgendwie vererben und die fünf Generationen nach dir, vielleicht haben die mal irgendwas davon. Hier, davon träumen, von Außerirdischen entführt zu werden. Wenn du nicht schlafen kannst, denk mal darüber nach. Du kannst ja zum Einschlafen im Weltraum treibende 1936er Ford-Automobile zählen. Alternativ kann man auch Stase-Kammern. Was sind Stase-Kammern? Das ist ein Standard-Trope im Sci-Fi-Universum, eine Stase-Kammer. Da wirst du reingesteckt und dann tiefgefroren oder auch nicht tiefgefroren oder dann alterst du schlicht und ergreifend. Da wirst du halt eingefroren. Aber jetzt nicht unbedingt mit Kälte eingefroren, sondern du bist in der Stase-Kammer und dann bist du erst mal ruhig gestellt. Wieder was gelernt. Auf die nächsten 300 Jahre. Wieder was gelernt. Aber ich würde nicht gerne davon träumen, von Außerirdischen entführt zu werden. Habe ich noch nie. Also. Habe ich noch nie. Aber ich habe als Kind Albträume immer dadurch vertrieben, dass ich mir vorgestellt habe, dass Stormtrooper kommen und das Problem regeln. Ja, das ist auch nicht schlecht. Bei mir im Traum haben die getroffen. Immer. Hat auch geklappt. Also ich habe mir das auch noch nicht vorgestellt, von Außerirdischen entführt zu werden. Außerirdische werden ja meistens in Filmen und Serien immer als böse dargestellt. Es fällt mir gerade irgendwie kein positiver Außerirdische an. Außer E.T. Und Alf. Und Alf. Ich würde trotzdem nicht gerne von Mel Machianern entführt werden. Das wäre mir unangenehm. Und ist Ego im weitesten Sinne auch böse? Wer? Naja, der Vater von Star-Lord. Ach so. Ja, schon. Ja? Ja. Also gut, okay, er ist böse. Ja, ich meine, hast du mal den Friedhof gesehen? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, okay, er ist, ja. Tendenziell keine guten Absichten gehabt. Nee, nicht so wirklich. Also das wollen wir nicht. Ja. Aber ich meine, vielleicht passiert das ja mal, dass man unabsichtlich davon träumt. Ja. Lower Decks gucken. Ja, aber das ist ein Wunderpunkt, weil wir haben die dritte Staffel noch nicht besprochen und die Leute warten schon fleißig drauf. Und da könnt ihr auch noch ein bisschen länger fleißig drauf warten, weil irgendwie kommen wir zur Zeit mit dem ganzen Kram nicht hinterher. Ja, aber wir werden dazu auch noch irgendwann mal irgendwas machen. Aber es war okayisch, aber halt nur okayisch. War nicht mehr so gut wie die anderen. Das nur so als Ding. Dann lieber vielleicht der Punkt, lese Jules Verne. Lesen hat in Star Trek einen hohen Stellenwert, obwohl der Computer aus jedem Text ein Hörbuch machen könnte. Die Auswahl ist groß, aber wer sich mit Science Fiction beschäftigt, der kommt um Jules Verne nicht drumherum. Tja, 20.000 Meilen unter dem Meer oder welches Buch würdest du lesen? Wenn du dich recht in Sins hast, haben wir im Rahmen unserer, wir haben doch ein oder zwei Filme geguckt. Wir haben auf jeden Fall die Reise zum Mittelpunkt der Erde geguckt. Ja. Und haben wir 20.000 Meilen unter dem Meer auch geguckt? Das weiß ich gerade nicht genau. Mit Kirk Douglas und Peter Lorre und James Mason, der eigentlich auch fantastisch ist. Beide Filme sind völlig fantastisch. Also 20.000 Meilen unter dem Meer noch besser als Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ich glaube, wir haben es geguckt. Der tricktechnisch doch ein bisschen, ja, einfach die Leguane groß ins Bild machen. Ja, 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 genau. Das haben wir gesehen. Fand ich super. Ich muss da bei Jules Verne immer an diesen Liga der außergewöhnlichen Gentlemen denken. Ja, aber das ist ja nur ein Fake-Jules Verne. Ja, ich weiß. Und natürlich, zurück in die Zukunft, Doc Brown, der natürlich ein großer Fan von Jules Verne war. Ja, das stimmt. So, willst du noch eins? Ja, such du mal eins raus. Ja gut, das bringt ja nichts. Ich muss ja trotzdem, muss ich es mir ja selber beantworten. Du kannst mich ja auch mal was fragen. Das kann ich gerne machen. Ob ich jetzt von außerirdischen träume oder nicht, das kann ich ja unabhängig von Star Trek erzählen. Von 222 Dingen wird bei 220 Dingen die Antwort Nein sein. Na gut. Ja, vielleicht. Ah doch, die automatische Tür steuern. Sobald man den Supermarkt betritt, bleibt man kurz stehen, macht eine kurze Handbewegung, öffnet die Tür wie durch Magie. Ja, okay. Das habe ich schon gemacht. Ein anderes Universum, aber da kommt man einfach nicht dran vorbei. Das habe ich schon gemacht, aber, tut mir leid, aber das ist die Macht von Star Wars. Ja, ja, eben, sagt er ja hier auch. Aber das mache ich grundsätzlich bei jeder Tür so. So eine kleine versteckte Handbewegung. Grundsätzlich. Ja, ich liebe das. Grundsätzlich immer. Siehst du, ich konnte was beantworten. Mit Ja. Ich meine, du könntest auch bei Schau dir jeden Star Trek Film an im Grunde genommen ja auch einen Haken machen, weil du sie alle mal gesehen hast. Das ist richtig. Allerdings ist das nicht sonderlich hängen geblieben und wir haben auch keinen Star Trek Marathon gemacht. Da könnte ich aber auch einen Haken dran machen. Zumindest von eins bis sieben, nee, bis acht sogar. Genau. Eins bis acht. Das gibt es. Also ich muss sagen. Das ist so ein Filmmarathon. Das gibt es heute gar nicht mehr. Nee, also früher gab es das mal, als zum Beispiel die Harry Potter Filme damals ins Kino kamen. Da gab es in Solingen, als ich noch in Solingen gewohnt habe, gab es da im Kino tatsächlich diese Marathons. Also du kannst wirklich dir dann Film eins bis acht komplett im Kino angucken. Aber ich muss sagen, ich selber habe noch nie so einen krassen Filmmarathon gemacht und ich bin da auch gar nicht so dran interessiert, ehrlich gesagt. Also ja, ich finde es auch cool, wenn man mal so die Herr der Ringe Filme, das sind dann drei Stück, wenn man die hintereinander guckt an einem Tag, dann ist man schon echt gut beschäftigt. Vor allem, wenn man hier die längere Version schaut, da hast du dann schon von morgens bis abends was zu gucken. Ach, ihr jungen Menschen von heute. Ach, die jungen Menschen von heute. Haltet ja nichts mehr aus, hey. Haltet ja nichts mehr aus. Ja, aber würdest du jetzt, wenn dich jetzt jemand fragt, am Wochenende von morgens zehn bis abends zehn irgendwie so einen Filmmarathon machen? Also erstmal geht der Star Trek Filmmarathon von mittags drei bis am nächsten Tag um zwölf. Ja, das war ja jetzt nur ein Beispiel. Aber grundsätzlich ja. Ja. Also kommt ein bisschen auf die Filme an, aber grundsätzlich, also jetzt nicht Avatar. Ja, nee, das sind ja auch nur zwei. Ja, das reicht schon. Aber, also zum Beispiel waren, das habe ich jetzt irgendwie verpasst, gab es wohl letztes Jahr zum 60 Jahre Bond oder was da war, gab es wohl wieder ein paar alte Filme im Kino. Da hätte ich mir schon mal Dr. No. Leinwand angeguckt, auf jeden Fall. Oder mal alle drei zurück in die Zukunft Sachen oder sowas. Aber, da muss ich direkt einwerfen, das sind ältere Filme, die eine normale Spiellaufzeit haben. Ja, weil der neue Kram ist ja alles viel zu lang und hat nichts zu erzählen. Ja, deswegen wollte ich ja gerade sagen, stell mal vor, dich fragt jemand, ja, hast du Bock auf einen MCU-Marathon? Da würde ich dann schon aus Prinzip sagen, nein, weil die Filme alle so unfassbar lang sind. Da wirst du ja nie fertig, da guckst du ja eine Woche. Ja. Das macht dann keinen Spaß, weißt du. Also ich kann mir sehr gut alle drei Teile Indiana Jones hintereinander reinziehen, weil die sind halt einfach ein bisschen kurzweiliger. Das zieht sich nicht so. Da wird halt die Geschichte am Laufen gehalten, ja, und da ist es so. Und da hat man dann auch das ein bisschen einfacher mit dem Durchsitzen, sag ich mal. Absolut. Ich glaube, bei neueren Filmen und dann Filmmarathon, das hätte ich gar keine Lust zu. Wir haben ja nie 24 geguckt. Nee. Ich weiß auch nicht, ob man das noch gucken kann. Meine Mutter hat das immer gemacht. Aber 24 war halt wirklich so, also das war das erste Bingen, was ich kannte und da hast du wirklich zehn Stunden, also du hast zehn Folgen im Stück geguckt. Du hast acht bis zehn, du hast einfach nicht aufhören können. Ich weiß nicht, ob das einen heute noch so hinterm Ofen hervorgeht. Ich habe letztens mal angefangen, konnte mich eigentlich sagen, die erste Staffel gar nicht mehr groß erinnern, was da passiert ist. Aber es war halt dann doch, es ist nicht gut gealtert, so wie es aufgemacht ist und so und 4 zu 3 Format. Aber die sind ja auch schon alt, ne? Also von wann sind die? Ja, ich bin 20 Jahre alt. Ja. Nein, nicht ganz. Ja, ungefähr. Ja. Weil ich weiß noch, die hat meine Mutter früher immer schon geguckt, das ist schon echt super lange her. Ja, aber die sind, warte mal, 24, wann kam das? Und Fernsehserie 2001, 21 Jahre. Ja, siehst du, es ist schon echt super lange her. Und da siehst du dem Ding auch an, weil es ist halt, ich glaube auch nicht, dass das heute noch funktioniert. Also man müsste es mal probieren, ob es noch funktioniert, aber weiß ich nicht. Also das Grundprinzip ist ja schon cool, dass alles in Echtzeit passiert. Und ich meine, es ist ja dann irgendwann gar keine Echtzeit mehr, weil wenn du es ja jetzt guckst auf Amazon Prime, glaube ich, ist, oder Netflix, dann fehlt ja die Werbung. Also hast du ja 45 Minuten, die aber eigentlich 60 sind. Ja, okay. Also während die Werbung läuft, geht die Handlung ja weiter. Ach so. Also das ist immer genau eine Stunde. Ja, okay. Und dann bist du halt für 1,30 oder 3 Minuten, wie lange die Werbung in den USA, bist du halt sozusagen weg. Und dann ist die Pause bei 30 Minuten und dann steigt es wieder bei 32,50 ein oder so. Ah, okay. Also gibt es dann doch einen kleinen Sprung zwischen euch. Also hast du, wenn du es natürlich ohne Werbung guckst, einen kleinen Sprung dazwischen. Naja gut, das konnte ja auch damals keiner ahnen, dass es irgendwann Streaming gibt. Nein, das konnte keiner ahnen. Wobei ich jetzt gerade auch auf Amazon Prime was am Streamen bin. Also ich gucke beim Kochen ganz gerne mal so Two Broke Girls und da ist jetzt Werbung auch. Also das ist mit Werbung. Ja, bei denen, bei denen, es gibt doch jetzt, genau, es gibt doch jetzt Amazon Zusatzkanäle, die kannst du kostenlos mit Werbung gucken oder abonnieren, dann haben sie keine Werbung. Ja, wobei ich glaube, ich habe irgendwas angeklickt, weil mir gerade irgendwie Amazon 3,99 Euro für irgendeinen Kanal runtergezogen hat. Entweder hast du irgendwas abonniert oder ich. Ja, aber ich habe es eigentlich wieder deabonniert. Das war, als wir täglich Grüßt das Murmeltier geguckt haben. Wie hat dir der eigentlich gefallen? Weil das vor allem, wenn Nicole hatte, Schande, noch nie täglich Grüßt das Murmeltier geguckt. Ja, ich konnte nichts dafür, wirklich nicht. Wie man das schafft, weiß ich nicht. Ich fand ihn wirklich herzallerliebst. Naja, davon mal abgesehen, dass ich ihn jetzt erst geguckt habe. Aber ich konnte ihn ja jetzt mit einem ganz anderen Blick betrachten, als vielleicht, wenn man ihn als Kind guckt. Fand ich wunderbar. Ich liebe Bill Murray. Mir ist aufgefallen, dass Andy McDowell wirklich super krass gelbe Zähne hat. Was ja nicht schlimm ist, aber wenn man sie halt aus der Werbung für L'Oreal kennt, dann sieht man immer nur dieses ganze Hochglanzbild. Ja, jetzt hat sie halt gebleached. Ja, jetzt sind sie gebleached. Das fand ich irgendwie lustig. Ne, fand ich wirklich sehr, sehr reizend. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich in so einer Zeitschleife hängen würde, ich würde wahrscheinlich durchdrehen. Also ich würde wahrscheinlich durchdrehen. Ist ja auch eine klassische Star Trek Folge, dass irgendeine Zeitschleife... Ja, Zeitschleife, die Zeitschleife ist ja wirklich das Ding. Klassische. Das ist super klassisch. Zeitschleife im Mittelalter landen, im Wald landen, ach keine Ahnung, bei Robin Hood landen natürlich. Das ist da übrigens, falls ihr nicht den 5 Minuten Harry Podcast von Coldmirror hört, Werbung Ende. Star Trek und Harry Potter haben eine Gemeinsamkeit und zwar die Q-Folge in Star Trek, wo die auch in der Welt von Robin Hood landen und dass Annie Castle zu sehen ist, ganz am Anfang. Und in Annie Castle wurden halt auch Harry Potter Sachen gedreht und das finde ich irgendwie sehr, sehr schön. Ja, wir hätten da hinfahren können, aber... Das war aber nicht wirklich auf dem Weg. Das wäre ein kleiner Umweg gewesen. Wir sind lieber nach New Asgard gefahren, was dann völlig unspektakulär war. Ja, aber das war... Aber es war ganz nett. Ja, es war eigentlich genauso, wie ich mir vorgestellt habe. Da haben wir ein leckeres Toast gegessen. Das stimmt, das Toast war ganz lecker. Ja, einen haben wir noch und dann müsst ihr euch das Buch jetzt mal langsam selber kaufen, sonst haben wir in jeder Folge was draus vorgelesen. Es ist wirklich ein süßes Buch auch zum Verschenken. Stopp! Oh, das finde ich gut. Sich einen klingonischen Namen ausdenken. Ja. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, aber Vorsicht, fragt lieber bei einem Klingonischlehrer nach. Ich kenne nur einen, ob das... Zufälligerweise kenne ich nur einen, ob das erfundene Wort nicht doch eine Bedeutung hat. Ein klingonischer Freund von mir übersetzt Frachtschiff, ein anderer hat den Namen, der Mond bückt sich. Einmal gewählt bleibt es. Sehr gut. Ja, also vielleicht demnächst hat Chris dann einen Alias und zwar so einen klingonischen Namen. Also für alle Track-Podcasts kriegst du dann einen extra Namen. Ja, ich wüsste jetzt, aber ich bin im Klingonischen nicht so bewandert, als dass ich mir da jetzt einen Namen... Ich meine, ich bin jetzt natürlich auch... Kubach! Ja, aber das klingt eher nach irgendeinem Ausspruch als einem Namen. Die heißen immer nur Kork und Worf und Matok und so. Du musst das halt ein bisschen kraftvoller aussprechen, dann hört sich das auch... Du kannst bestimmt auch Patu dazu machen. Patu! Patu! Ja, genau. Siehste? Oh, Patulina. Also wenn ihr zwischendurch mal so ein Schnarchen hört, dann ist das unser Hund. Ja. So, dann würde ich sagen, also nochmal lieben Litar, lieben vielen lieben Dank, lieber lieben, für dieses schöne Buch. Wir werden es auf jeden Fall, glaube ich, auf der FETCON unserem Preise-Kontingent zuordnen. Vielleicht kannst du es ja bis dahin auch nochmal notieren. An der Stelle nochmal der Hinweis und der Aufruf, wir haben ja immer noch die komplette Adventure vom Star Trek, der Film. Und eigentlich müsste ich dich damit nochmal quälen, aber das machen wir jetzt nicht. Aber wir wollen ja immer noch von euch wissen, was wir damit anfangen sollen. Also ein schnöder Audio-Kommentar, das wäre uns zu langweilig. Aber wir können vielleicht irgendwie eine Sequenz mal Szene für Szene analysieren. Oder ja, lasst eure Fantasie mal freien Lauf. Schreibt es uns an info at nerdizismus.de oder schickt uns eine Sprachnachricht oder WhatsApp an die 01725873 irgendwas. Moment, muss ich gerade mal eben gucken, ich kann mir das natürlich nicht merken. Schäme dich. Der Michael, der kann das schon alles auswendig. Da ist der Michael zuständig. Das schickt ihr an die 015259647709 oder info at nerdizismus.de oder auf unserem Discord. Ihr kennt das ja alles. Dann schreibt uns doch mal, was wir damit machen sollen. Und wir sind am Donnerstag dann wieder im Stream live, sofern die Gesundheit von Michael es zulässt. Und dann werden wir da über Strange New Girls Folge 7, nee Folge 8 und 9 reden. Und 9 und 10 auf jeden Fall die letzten beiden Folgen. Was wir dazu zu sagen haben und vor allem, was ich dazu zu sagen habe, das hört ihr dann ab Donnerstag im Livestream auf Twitch und auf YouTube und natürlich danach in eurem Podcatcher. Und in diesem Sinne, bis dahin. Tschüss. Eine Produktion des Podcast Imperiums. Die Sendungisses som